So meine Freunde, weil ihr die letzten Tage echt fleißig wart und eure PSN-Karten tatsächlich wirklich zum Großteil jetzt mittlerweile über meine Partnerseite eneva.com runtergeladen bzw. gekauft habt, haben wir etwas Schönes für euch. Und zwar verschenken wir dreimal 5 Euro Geschenkkarten, die werden euch um die Ohren gescheppert. Haha! Ihr braucht dafür nichts weiter tun, ihr braucht auch nichts kaufen, das ist einfach nur ein kleines Dankeschön von uns. Ihr habt hier ein paar verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Irgendwie Discord join, ihr könnt mir bei Instagram folgen, ihr könnt eneva Games bei Instagram folgen, wie ihr das möchtet. Das ist alles kostenfrei, nichts davon kostet euch einen Cent. Insgesamt, wenn ihr alle 10 Schritte macht, kostet das glaube ich so 2,5 Minuten vielleicht. Und ihr bekommt für jeden einzelnen Schritt 10 Lose sozusagen. Und jedes Los kann eine der 5 Karten gewinnen, das Ganze geht noch 22 Tage. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht gerade kein Geld habt, aber demnächst vielleicht eine 5 Euro PSN-Karte gewinnen wollt, einfach mal gucken, was ihr Schönes hier machen könnt und ihr werdet die Optionen dann haben. In 22 Tagen wird der Gewinner bekannt gegeben. Hey Freunde, bevor das Video losgeht und wir uns über alles auf der Welt aufregen und hoffentlich trotzdem ein bisschen unterhaltsam dabei sind, eine Bitte an euch. Wenn irgendeiner von euch bei Level 25 im Schwarzmarkt ist und die Peacekeeper aus den Vorratskisten zieht, entweder die Peacekeeper oder alternativ die Essex Stingray, bitte meldet euch bei mir. Ich weiß, ich werde das Glück nicht haben, die Peacekeeper zu ziehen. Die XMC in Black Ops 3 war auch schon die letzte Waffe. Ich würde zu gerne ein Gameplay mit der Peacekeeper aufnehmen für meinen Kanal. Als Dankeschön dafür werdet ihr natürlich mit allen euren Social Media Seiten, wenn ihr Werbung für euch haben wollt, überall genannt von mir und ich werde euch kostenfrei die Nuke auf eurem Kanal erspielen. Das ist nicht das Problem. Ihr könnt auch eine Nuked Out haben, wenn ihr wollt. Es ist euch überlassen. Hauptsache ihr meldet euch bei mir, wenn ihr eine Peacekeeper oder eine Essex Stingray gezogen habt oder aus den Kisten bekommt. Ist mir eigentlich egal woher. Hauptsache ich kriege die Möglichkeit, die zu spielen. Wenn ihr eins von den beiden Waffen habt oder eine davon, bitte schreibt mir bei Instagram oder bei Twitter oder schreibt mir eine Nachricht, eine Brieftaube, eine E-Mail, alles mögliche. Hauptsache ich kriege irgendwie die Möglichkeit, eine von den beiden Waffen einmal vorzustellen. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal und viel Spaß beim Video. Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe mich gestern tatsächlich sehr sehr über das neue Update gefreut und habe gedacht, wow, Kraya, Activision, endlich macht ihr mal was richtig. Und musste dann leider feststellen, nachdem das Update da ist, die Freude war mal wieder viel zu groß und sie haben es mal wieder verbockt. Heute soll es darum gehen, unter anderem aber auch über andere YouTuber, die, wenn ihr mich fragt, absolut dumm sind und das wird nicht eine Abrechnung mit der Landschaft YouTube, sondern einfach mal so ein paar Gedankengänge, die ich jetzt die letzten Tage angeholt habe. Erstmal gestern, was ich nicht verstehen kann, wir kriegen ein vollgepacktes Update mit 6 neuen Waffen, mit einem neuen Spielmodus, mit neuen Stickern, mit neuen Sachen im Schwarzmarkt, mit einer neuen Map, was cool ist, die ist frei, das ist in Ordnung. Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass wir das alles auf einen Schlag bekommen. Das heißt, so in 7, 8 Tagen werden vor allen Dingen die Content Creator, aber genauso auch die ganz normalen Spieler, die jetzt kein YouTube machen, wieder da sitzen und sich fragen, scheiße, was mache ich jetzt, es gibt wieder nichts Neues. Dazu kommt, und das ist wirklich etwas, was mich tierisch nervt und was ich gestern wirklich spät erst realisiert habe, ich war der Auffassung, bei Level 25 gibt es eine Waffenkiste, so dass man die Chance hat, eine neue Waffe zu ziehen und diese Waffenkisten gibt es dann durch die Community Challenges, so wie mit der Graf aktuell oder der Galil. Musste dann aber feststellen, dass das Ganze natürlich nicht so ist. Warum auch? Warum sollen wir eine Möglichkeit bekommen, die Waffen so zu erspielen? Gibt es nicht. Ihr bekommt bei Level 25 die Waffenkiste, mit der könnt ihr eine nagelneue DLC-Waffe bekommen, aber ihr könnt, wenn ihr Pech habt, auch eine Waffe, die ihr schon habt bekommen, nämlich eine MK2-Variante davon. Wenn ihr zum Beispiel die Krawall-Schrotflinte habt und euch denkt, okay, den Scheiß bekomme ich Gott sei Dank nicht, macht euch drauf gefasst, mit der Waffenkiste kann es durchaus sein, dass ihr die Krawall MK2 erhaltet. Wenn ich daran denke, wird mir schlecht. Und ich weiß, dass die Chance bei 6 neuen Waffen 1 zu 6 ist. Ich kann rechnen, 16 Prozent, dass ich, und es gibt da nur eine Waffe, die ich haben will, und zwar die Peacekeeper. Ich will keine... Mich interessiert die Graf nicht, die ist umsonst mit dabei, bei 15 Millionen Matches ist es in Ordnung. Die Locus interessiert mich nicht, die Stingray interessiert mich nicht, das Ballistic Knife interessiert mich nicht. Aber ich weiß, ich kriege die Peacekeeper nicht. Ich werde zu 100 Prozent die Sniper, also die Locus ziehen, oder bei meinem Glück eine MK2-Variante von der Krawall oder das Ballistic Knife. Und wenn ihr dann überlegt, wie ihr die anderen 5 Waffen bekommen könnt, ich kann es euch erzählen, es geht nur um die Vorratskisten. Das heißt, wenn ihr eine Vorratskiste öffnet, könnt ihr theoretisch mehr Glück als jemand haben, der Lotto spielt und 6 mit Zusatzzahl bekommt, dass ihr da eine der neuen DLC-Waffen bekommt. Ich habe gestern einige YouTuber gesehen und darum soll es ja auch heute hauptsächlich gehen, die teilweise 500 Euro oder Dollar, je nachdem, wer es war, ich zähle auch gleich mal kurz auf, Kohle dafür ausgegeben haben, um zu gucken, welche Waffen sie bekommen. Das sind die gleichen Leute, die fast jeden Tag ein Video machen und sich zu Recht darüber beschweren, dass das Loot-System und das Schwarzmarkt-System hier bei Black Cops 4 komplett für den Arsch ist. Ganz ehrlich, Leute, wie könnt ihr euch vor eure Abonnenten stellen und sagen, das hier ist Bullshit, ich unterstütze das nicht, es ist nicht gut, wie der Schwarzmarkt aufgebaut ist, nur um dann, damit sie jetzt eine Waffe vorherziehen und da ein Video drüber machen, 4, 5, 600 Euro für auszugeben. Dies Knives-Only hat gestern im Stream über 600 Dollar weggehauen, um das Ballistikknife zu bekommen. Der hat natürlich eine Reichweite, womit sich das denn eventuell halbwegs wieder rentiert, aber das Einzige, was dabei doch entsteht, ist die Tatsache, dass ihr den Entwicklern immer mehr Grund gebt, an diesem System anzuhalten. Und ich kann es nicht verstehen. Und ich habe das auch bei Haptic schon im Video nicht verstanden, wie der Code Points ausgegeben hat, im selben Video, wo er sich darüber beschwert, dass es schlecht aufgestellt ist. Genauso John Rage. Und ich könnte jetzt mit fast jedem YouTuber weitermachen, was ihr alle an Kohle für dieses Spiel ausgebt, nur dafür, dass ihr eine der DLC-Waffen früher bekommt, ist für mich unbegreiflich. Und jeder kann am Ende mit seinem Geld machen, was er möchte. Es geht nicht darum, dass ich kritisiere, dass ihr euer Geld für, ich sag mal, so einen Scheiß ausgebt. Aber was ich definitiv kritisiere, ist, dass ihr euren Abonnenten sagt, Leute, das ist alles schlecht, das geht nicht, das geht nicht. Ihr macht Content damit und gebt in der selben Sekunde die Kohle aus für den ganzen Scheiß. Wie kann man Activision bei dem Ganzen denn so unterstützen? Boykottiert das Ganze doch. Natürlich spiele auch ich leider hin COD. Und natürlich gab es das Video, wo ich gesagt habe, ich bin durch mit dem Thema. Und ich stehe dazu. Wenn ihr überlegt, wie viel Zeit wir teilweise oder auch ich in dieses Spiel investiert haben und wie das jetzt mittlerweile aussieht, kann ich euch gerne erklären. Sobald ich abends alles erledigt habe, was ich am Tag machen wollte, setze ich mich meistens wirklich mit Vorfreude an den Multiplayer, spiele meistens zwischen 30 und 90 Minuten und bin komplett durch für den Tag. Weil ich keine Lust mehr habe. Weil es wirklich, es macht so keinen Spaß. Das heißt, ich mache natürlich nach wie vor so ein bisschen meine Tageschallenge, damit ich meinen Stufensprung bekomme, Level vielleicht 1 oder 2 Level pro Tag und erspiele mir nur das, was ich brauche, um den Content machen zu können, den ihr dann seht. Das heißt, da schon immer irgendwie ein ordentliches Gameplay. Aber früher, da habe ich 5, 6, 7 Stunden Sessions gemacht und habe Spaß gehabt und habe gehofft, dass der Tag, der nächste Tag demnächst wieder losgeht, damit es da weitergeht. Und das alles ist nicht mehr so. Und bisher in diesem Spiel, ich habe 60 Euro für das Spiel damals ausgegeben. Ich habe mir keinen Season Pass gekauft. Ich habe mir nicht eine einzige Kiste gekauft. Die Court Points, die ich fürs Vorbestellen bekommen habe, habe ich für, ich weiß gar nicht, für was ich es ausgegeben habe. Die waren aber sowieso schon mit dabei. Und das waren irgendwie 1.000 Court Points, also nicht allzu viele. Und wenn ich mir den angucke, dass andere Leute immer wieder sagen, ja, die habe ich noch übrig. Dann haben die plötzlich 50, 20, 30.000 COD Points auf dem Konto und geben das fleißig für Kisten aus und regen sich dann im Nachhinein drüber auf, dass sie bei drei Kisten dreimal ein Duplikat bekommen haben. Ganz ehrlich, Leute, manchmal muss man sich echt fragen, seid ihr so dumm oder tut ihr nur so? Und das ist jetzt vielleicht für einige irgendwie überhaupt nicht nachzuvollziehen, aber ganz ehrlich, Leute, es geht ja nicht nur darum, dass es die YouTuber sind, sondern wenn ihr überlegt, was für eine Reichweite Leute wie Haptic, John Rage, Marcel Scorpion, Whisker Barca, alle zusammengenommen, alle großen YouTuber jetzt nur bei uns national, international sind auch viel größer. Was für eine Reichweite an Zuschauern wir alle zusammen haben. Und dann müsst ihr überlegen, was die Leute machen, die zu uns zuschauen. Natürlich, wenn ich sage, die Sau ist die geilste Waffe der Welt und ich zeige euch ein heftiges Gameplay, dann gehen Leute online und spielen mit der Waffe. Und wenn ich sage, das Schwarzmarkt-System ist scheiße, aber ich kaufe es mir trotzdem, dann kaufen sich die Leute das Ganze. Das heißt, jeder von euch hat auch irgendwie eine Verantwortung gegenüber den Leuten. Und ich bin wirklich mehr als enttäuscht, dass es wieder so abgelaufen ist mit Treyarch wie jetzt aktuell. Das jetzige Supply-System ist das schlechteste, was wir je gesehen haben. Das ist mit Abstand so. Wenn ihr eine der neuen Waffen haben wollt, müsst ihr bis Level 25 spielen. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass ihr aber trotzdem die neue Waffe nicht bekommt. Und alles andere müsst ihr dann abwarten und hoffen, dass ihr aus den Kisten, wo immer noch Duplikate sind, irgendwann eine der neuen Waffen bekommt. Ja, das nervt, aber deswegen gebe ich keine Hunderte von Euro aus. Nur damit ich sie einmal zeigen kann. Das lag mir auf dem Herzen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Habt ihr schon Geld ausgegeben für COD? Außer für das, was ihr eh kaufen wolltet. Also das Spiel, vielleicht den Season Pass. Lasst uns mal diskutieren. Ich bin raus. Haut rein.